voll im gefecht ja ich lad mal nach ja da noch gelb erscheint ja hier oben ja aber gehen wir nachher hin ich glaube ich rück mal vor ich glaube hier ist keiner mehr doch da ist noch einer habe ich bewusst da kommen zwei runter glaube ich doch mal hier sind tauben kamerad tut mir jetzt leid ich habe deinen kollegen schon den geburtstag genau und da flog der helm das war das zeichen oder ich glaube das soll den schuss niger hinter dir ja mach doch weg ich nicht das oben auf der ballastrade der kommt wahrscheinlich von hinten glaube ich gehe mal oben eigentlich haben wir ja hier aber wir wollten ja hier die ganze gegend noch mal durchsuchen ja das machen wir auch mal eben sieht mich da ist noch einer ich sehe den aber nicht mich sieht auch einer da oben da steht auch einer ich sehe ein oh mich sieht da fucking ach jetzt hat der randale deine probleme möchte ich manchmal der schießt auf mich warum schießt du nicht auf den was los mit dir man das ist immer probleme da kommen noch mehr waren und ich kriege jemand tritt den arsch weiß hast du dir erledigt ja immer noch nicht ein habe ich erledigt er schießt doch immer noch genau den lagen zu machen dachte schon den helf vom kopf geschoben ja so da kommen noch mehr runter das ist schön da freue ich mich dann ist das der nächste willkommen jetzt sollten wir mal einen stellungswechsel machen da ist noch einer in weiß aber ich würde es gerne hier links mal reingehen in das gebäude aber wir holen uns erstmal den den da noch weiß ist und dann haben wir noch wir haben ja ganz viel noch so der kommt jetzt runter der kamerad das ist sehr schön dann werde ich ihn mal gebührend empfangen ist hat so eine sache das haut er wieder ab wo hat er mich denn wo wollte ich denn da oben hier ist noch einer hinter mir glaube ich da ich liege du musst mir schnell helfen weil ich hier steht einer ich kann nichts machen obwohl er doch doch ich kann ihn aber ich hab ihn erledigt muss mich wiederbelebt man bleibt doch ruhig blute ich verblute danke danke das tut immer so weh sie sind mein lebensretter ja ich sieht jemand ach da oben ein bimmelmann jetzt gibt's alarm das ist nicht gut ah scheiße schön geschlafen egal das war eine ahnung was jetzt gibt wo sind sie schon wieder hingelaufen ich hab da kommen sie zurück kommt zurück ja mein scheiß sich immer ein vortrag ist alle rein gemacht hier das eine falle ja wen interessiert denn da kommen jetzt mit schärfe ich die eben da oben soll noch einer sein das ist recht lange gefunden kommen jetzt her und schon dabei sie wollen doch immer ein stellungswechsel machen da kommen wir doch jetzt machen wir holen es den einen der da oben der scharfschütze noch den holen wir uns noch da rechnet doch keiner mit dass wir hier umrennen und ist in den gebäuden da müssen wir doch mal reingucken wegen briefe und so naja müssen alles durchsuchen hier kann man auch noch mal eben weitermal ja mach doch alarm da oben ist ein scharfschütze ach hör auf jetzt ehrlich plötzlich ist der alarm aus komisch oder weiter kommt nicht nicht stehen bleiben ich habe wegen adler geguckt aber war nix auch mal weiter wir gehen jetzt mal da oben hin wo die alle hergekommen warte mal jetzt ne verband und so alter wie groß ist das hier komm doch mal ja wo groß ne boah guckst du mir euch das an ey komm doch mal schnellboot flotte moderne kursagen oder bin ich wir gehen jetzt mal hier ja die haben die ganze französische stadt hier und können da hoch da ist auch alarm es ist der alarm schon wieder fast ausgeschaltet ich weiß nicht ob das richtig ist wenn wir jetzt hier lang laufen das sieht toll aus das leute warte mal ich gucke auf die karte ist richtig toll aus mit dem schon mal auf die karte ja ne ich gucke jetzt nicht auf die karte aber ich fällt mir nicht wenn dann also da ist noch ein feind in gelb guck dir mal wie groß das ist ja kann ich hier stadtmauer kann ich da da ist auch irgendwas da müssen wir hin immer hier hoch da wo ich markiert habe ich ja da gehe ich gerade hin und gerade auf dem weg dahin höre ich auch da ist noch ein fragezeichen vorsicht aber der ist dahin ich habe noch jemand okay dann 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 er sieht dich war das letzte was er gesehen dann laufen weg nach oben da war doch der schafschütze vorsicht die gibt noch ein bisschen theater ja neben den kameraden mal kurz mit pick up grab dollar kann hier muss ja nicht jeder finden warten sie mal ich komme zurück haben sie gefunden ne ich bin irgendwie dran vorbeigelaufen kann ich denn hier irgendwo reingehen oder so hm was denn da los ja irgendwie das hat ziemlich verwinkelt ja alles das was du markiert hast ja kann ich irgendwie nix machen oh warte mal hier ist was gelbes muss nur irgendwo einer sein Kinder 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 was ist denn hier ach warte mal da ist wow was ist denn hier los das hat alles verwinkelt wie geil das sieht schon geil aus aber wo ist denn das Ding jetzt ist das nicht so ein ausguck oder was ist das ja da oben stand ein scharfschütze ja da müssen wir ja rauf ja da war ich ja gerade schon und da ist nix kann doch mal gucken wenn du sagst da soll was sein komm mal mit also hier ist doch irgendwas irgendwas muss doch hier sein nein nicht runterfallen leertaste klettern warten sie mal ich hab ne Idee was denn ja ich glaube ich weiß wo das ist man kann ja auch klettern mach ich gerade ich hab den herrn scharfschützt guten Tag hallo kannst du mal weg gehen hast du den durchsucht schon hat er nichts aber irgendwo muss hier was sein hier soll was sein auf der karte ich guck mal was hat denn dieses blaue ding dazu sagen sagen wir mal das ist nun geh ich ach das bist du das blaue komische zeichen da die stadtmauer ist einfach nur ein ort ist nur die stadtmauer boah alter wie weit geht denn das hier noch jo wir gehen einfach hier die stadtmauer lang da bin ich aber alter komm mal her ja ich bin dabei Alter Alter Ui ich hab was gefunden kommen sie mal ran kommen sie mal hier hoch okay ne kiste in der großen kiste ah verbandelt sehr schön die kleine miri unfassbar was haben wir denn noch oh warte mal da oben da oben ah ok ich will nicht mal alles machen wir gehen mal weiter Leute hier können wir gleich mal nochmal adlen hier ist noch einer irgendwann ist hier noch rot ja Alter wo sind wir hier 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 unter uns soll auch noch was sein hier würde ich gerne mal nach dem Adler ausschauen hier finde ich bestimmt wieder ja wir müssen aber erstmal aufräumen hier mhm unter uns soll gelb sein ja nicht nur unter uns also ich möchte hier nicht unbedingt hier wieder kommen aber du kannst ja hier schon mal gucken hm Leute ich weiß noch nicht mal ob das der richtige Weg ist was wir hier machen ich habe keine Ahnung ähm ich schaue mal eben kurz und zwar Escape und dann hatten wir ja irgendwie die Aufträge ne mhm wir haben einen Fertigkeitenpunkt ok ok ich habe jetzt zwei zwei Soldaten wo da hinter uns hä und der zweite kommt auch jetzt wahrscheinlich dann erledigst du dann kannst du doch alleine erledigen dann musst du mich doch nicht für haben ja ich war jetzt nur überrascht dass da überhaupt einer ist ja du bist immer überrascht Leute sieht das geil aus guckt euch das mal oh allein schon dieses Bild hier es ist unfassbar ich komme mal zu ihm ich will dieses Bild auch sehen unfassbar oh mein Spiel hat sich aufgehängt oh merke ich gerade das Bild war dann doch zu viel ähm ja irgendwie hänge ich fest kann ich irgendwas machen ich kann sie heilen warten sie mal ich versuchte aber ja bringt ja nichts mein Spiel ist eingefroren ich kann nichts machen ah jetzt jetzt ok alles klar ich bewege das ich bin durch wie gut dass ich die Aufnahme nicht gestoppt habe Mensch bin durch ihn durchgelaufen da ist ja jemand da ist jemand ja wenn wir hier hier lang laufen ähm man konnte noch sehen was man noch machen muss und wo man hin muss oder eigentlich schon warum können wir das denn nicht äh Ziele anzeigen Leertaste und zwar höre das Krakentreffen mit und finde und töte Fabian Richter das ist unsere Aufgabe warte der kommt hier wieder runter bin gar nicht gesehen ja der kommt hier wieder runter sauber Kehrt ein wenig Ruhe ein in das Chateau oder in das Bild oder in das Bild oder in das Bild oder ich weiß nicht ist ja noch nicht mal ein Chateau ne ne so jetzt nochmal wie kann ich gucken ah da oben ah warte mal ja 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 hab ich auch gesehen wahrscheinlich kommt der jetzt runter ja der kommt runter oder oder da ist Bewegung drin da ist Bewegung drin aber wo ist der denn ich sehe den ja gar nicht Kinder Kinder was ist denn hier los so jetzt nochmal du hast mir das immer noch nicht erklärt wie kann ich das sehen drück mal Tab ja und dann Leertaste eigentlich müssten wir jetzt erst da zurück und das Krakentreffen mithören das ist das erste was wir machen mhm aber das ist mittendrin mit zurück ist da nicht viel da oben ist er ja markier doch ach wie ach BÄM was ist denn da los bei ihnen ja der hat sich immer nur den Helm vom Kopf geschossen das ist doch nicht ey mach ihn denn da da ist noch einer aber ich hab ihn drück mal vor ein Stück oh scheiße mhm 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 ach ja hier pack dir mal hier rein pack dir in die Kiste in die Kiste hatte ich vorgehabt das mal ausprobieren guck mir den auch mal an du kannst gleich mal hier gucken ob er ein Adler findet ne kann ich gar nicht in die Kiste packen ist das warum das denn nicht ist denn los weiß ich nicht nicht versuch du mal den in die Kiste zu packen ja mach ihn oh da kommt einer ne geht nicht oh fuck einmal den Helm runter und quetsch aufschuss hier ist aber alles road ja ich sehe es grad dann werden wahrscheinlich noch ein paar kommen vielleicht kann ich da eine Sprengfalle raus machen aus dem wär doch nicht schlecht ne wenn ich doch gerade so schön ich schmeiß den jetzt mal hier runter soll ich kann warte mal ich will eben so so da mach halt ich hätte eine Sprengfalle raus gemacht vielleicht wären die alle da hingekommen und der da liegt ja dann mach eine Sprengfalle aus ok ok hab ich dann kommen sie hier weg ja hier hoch da kommen nämlich welche da kommen welche ja ich seh die doch komm doch her man nein die Sprengfalle ist doch jetzt aktiv ja dann musst du den Rand pfeifen ja warte oh irgendeiner schießt auf mich scheiße hua Aua meine Fresse der lebt immer scheiße ich werde angegriffen ich bin tot ja ich komme ich werde angegriffen ich bin tot ja ich komme so ach hast ich selber verbunden er sagte doch die verlaufen schärfen ja ja oh ich muss mich mal eben heilen sehe ich gerade weiter geht's weiter geht's ah warte hier schießt einer auf mich komm doch ich liege am Boden ich liege am Boden ich liege am Boden ich bin am Verbluten du musst mir helfen soll ich dich einfach verbluten lassen ich hab's selber heilen können sehe ich gerade warum ja genau aber Miri heult ja immer rum so kommen sie hier oben rauf ja ich komme jetzt darauf so Leute und wie das hier weiter geht's dann sehen wir mal ich muss mal also macht's gut tschüss tschüss